Weil man das Auto nicht die ganze Zeit hart rannehmen kann. Ganz genau. Man muss gefühlvoll zum Auto sein. Du spürst, wie das arme Ding schmerzerfüllt unter dir aufstöhnt. Wenn du eine Maschine mit Gewalt bis an ihre Grenzen bringst und erwartest, dass sie durchhält, dann musst du ein Gespür dafür haben, wo die Grenze der Maschine ist. Sieh genau hin. Da draußen wartet die perfekte Runde. Keine Fehler. Jeder Gangwechsel, jede Kurve. Perfekt. Kannst du sie sehen? Ich denke schon. Die meisten können es nicht. Die meisten wissen nicht mal, dass es sie gibt, aber es gibt sie. Sie ist da. Ich bin einer tuned. Ich habe sie. Ich bin einererfunkt dem Auto.